Herzlich Willkommen zum Neumond Horoskop des Monats Juni und der Neumond findet ja jetzt am 30. Mai statt und im Sternzeichen Zwilling. Neumond bedeutet ja immer man kann so einen Monat vorausschauen und ein bisschen so die Energien wahrnehmen, die sich da abzeichnen astrologisch und ich kann so weit einmal sagen, es ist ein ganz interessantes Monat. Wie gesagt, der Neumond spielt sich im Zeichen Zwilling ab und Zwilling ist ja ein Luftzeichen. Wir kommen ja jetzt immer mehr in die Luftperiode, das habe ich schon öfter erwähnt. Das heißt, das ist eigentlich so dieses Kommunizieren, Wissen, Wissensaustausch, eine turbulente Zeit, wo sich vieles auch noch nicht, wo vieles in der Luft ist, buchstäblich, aber noch nicht so ganz neu ordnen kann und es ist eben wie gesagt eine Zeit, wo man nicht zu sehr auf das Altvertraute, Altgewohnte zurückgreifen kann, einfach, weil das, ja, weil einfach etwas Neues kommt und das ist noch nicht so ganz greifbar. Es ist auf jeden Fall nicht mehr Alt. Alt ist nicht gut, Alt muss weg. Das merkt man auch bei dieser ganzen Empörungsgesellschaft, die wir jetzt haben. Also man protestiert zwar gegen Klimawandel, gegen die alten fossilen Brennstoffe, hat aber noch nicht wirklich die Alternativen gefunden, wobei die Idee ja per se gut ist, aber man hat noch keine Wege, keine Alternativen wirklich gefunden und man sagt, wie wandelt man das gesamte System intelligent und zukunftsweisend. Aber es ist zumindest mal so, dass es heißt, ja, das Alte darf nicht mehr sein oder es gehört was Neues her. Der Zwilling an sich ist ja ein Zeichen der Kommunikation, des Austauschs, des Interesses. Der Zwilling ist nicht allzu tiefschürfend interessiert. Also der sammelt gerne Wissen, der hat gerne, ja, ein Zeitungswissen, ein gewisses Grundwissen. Überall so ein AHS-Wissen würde man vielleicht sagen. Und ist halt immer interessiert. Nicht zu wagemutig, zu abenteuerlustig. Also der hat es gern auch beschaubar, der weiß über sein Umfeld gerne Bescheid. Und da in diesem Zeichen stehen jetzt eben Sonne und Mond und treffen sich. Ich zeige es dir jetzt gleich mal, wie das aussieht. Also wir sehen hier, Sonne und Mond treffen sich im Zeichen Zwilling. Das ist da ganz oben, dieser grüne Zweier. Und was bedeutet das jetzt, wenn der Mond im Zwilling steht? Also Luftzeichen ist ja immer eben, wie gesagt, Veränderung. Und wenn Gefühle in der Veränderung stehen, also dann kann es natürlich mal sein, dass da gewisse Schwankungen reinkommen in den emotionalen Bereich rein. Und verstärkt wird das Ganze noch durch ein Mars-Sextil. Der Mars, der steht da eben wieder drinnen. Und der macht dann Sextil zum Mond. Und das ist ein Zeichen für eine gewisse Unruhe. Eine innere Unruhe auf der einen Seite. Und auch nicht so, dass es ganz so, vielleicht immer so friedlich und harmonisch abläuft, wie wir uns das oft wünschen. Das muss jetzt keine, ich glaube gar nicht, dass es da jetzt um einen Streit im Außen geht, sondern es geht eher um eine innere Unruhe. Also wenn du nervös bist, wenn sich deine Gefühle mal so, mal so wechseln, also sehr auf und ab sind, wenn das so Berge und Talfahrten sind, wenn du selber auch einmal merkst, dass du vielleicht leichter gereizt bist oder genervt bist oder getriggert wirst, dann wäre das so eine Möglichkeit. Auf der anderen Seite ist der Sextil-Mars auch etwas Positives, denn das bedeutet auch, räum mal so alte sentimentale Gefühle auf. Also klär mal deine Gefühle und geh mal in was Neues rein. Da ist jetzt eine gute Energie auch mal, ja, emotional zu entgiften, möchte ich fast mal sagen. Das heißt, jeder Schrott und jeder Müll, den du da mitträgst, der da rein gewürgt wurde, geht jetzt auch durch Mars. Das ist ja ein ganz, ein klarer, eine klare Energie, Schritt voran, Pionier, was Neues. Das kann da ganz gut rausgearbeitet werden und das sehe ich da eigentlich auch sehr positiv. Außerdem ist natürlich auch der Mars dann im Sextil zur Sonne hin und das gibt auch noch einmal eine gewisse, ja, ebenso vielleicht ein bisschen Unruhe auch noch einmal, dass man ein bisschen wuselig ist im Tun, dass man, dass man vieles anfängt und nicht wirklich aufhört damit oder, oder vieles, ja, vieles Neues beginnt auch oder viele Bücher auf einmal liest zum Beispiel. Das wäre auch vielleicht so ein Thema dazu, so ein Bild zu diesem Mars-Sonne, aber im Positiven ist es einfach, man kriegt auch dann trotzdem was weiter. Also es gibt einen Fortschritt, es gibt auf jeden Fall Energien, wo man sagt, okay, da kann man weitergehen. Ja, und das wäre so dieses Mars-Sextil hin zum Mond. Der nächste spannende Aspekt in dem Neumondhoroskop ist der Merkur. Der ist ja zurzeit noch rückläufig bis zum 2. Juni und dieser rückläufige Merkur hat da einige, einige Aspekte hin. Der Merkur steht gerade rückläufig im Stier, also in der Materie, im Volk, also das ist ein bisschen so ein Rücklauf hin und dadurch, dass der Merkur ja eigentlich auch der, nicht eigentlich, es ist der Herrscher des Zwillingszeichens, ist dem schon noch einmal eine besondere Aufmerksamkeit zu schenken, denke ich mal. Und was wir beim Merkur haben, wir haben ein Quadrat zum Saturn hin. Der Saturn ist im Wassermann-Zeichen und Merkur-Quadrat-Saturn, also da merkt man, da ist eine gewisse Frustration drinnen, da kann man vielleicht nicht so weiter, wie man möchte. Es gehen gewisse Geschäfte nicht so ganz auf, man steckt irgendwo fest, es sind irgendwo C-Verhandlungen oder ein Vertragsabschluss erweist sich als besonders C und da geht es einfach darum, dass man auch sagt, klare Struktur in die Gedanken bringen, klares Handeln auch reinbringen, also ein klares Handeln nach Regeln, nach gewissen Normen, auch wenn es ein bisschen langweilig wirkt oder ein bisschen frustrierend ist. Also klare Ansagen, klare Verträge, da auch noch aufpassen mit den Verträgen, Kaufverträgen. Bis zum 2. Juni ist eben der Merkur da noch rückläufig. Der nächste Aspekt, der am Merkur drauf ist, ist der Neptun. Und Neptun ist ja so der kosmische Heiler, Heilsbringer, auch ein bisschen so der Träumer, ich sage ganz gern so der kosmische Kiffer dazu. Und wenn der ein Sextil zu Neptun macht, der beruhigt ein bisschen und sagt im Prinzip, hey, komm mal runter, beruhig dich, chill mal, hab keine Angst. Und das wäre für mich so eine Botschaft, auch Merkur, weil der im Stier steht. Da geht es ja auch um den Besitz, um das Materielle ein bisschen. Und vielleicht ist das eine Botschaft auch für dich, dass man sagt, mach dir keine Sorgen. Es wird gut werden. Es wird gut werden. Also egal, wie du jetzt nach vorne denkst, was du da für Ängste hast, wenn du jetzt die Tendenzen, die jetzt laufen, in die Zukunft projizierst und dich fragst, wie geht sich da was aus, wie soll da etwas ohne Krise noch funktionieren, da bringt Neptun sicher diese Heilsbotschaft rein, diese Beruhigungsbotschaft und sagt, hey, mach dir nicht solche Sorgen, das wird schon gut werden. Also das würde da dazu passen. Und Neptun bestrahlt eben auch Sonne und Mond, das eben dieses Aufgeregte, Aufgekratze durch den Mars ein bisschen runterbringt. Gut. Was auch spannend ist, wir haben ein Merkur-Pluto-Trigon drauf. Und Pluto ist ja so diese, ja, ich sage ja immer so die Schändung des Rechtssystems, habe ich es ja immer wieder genannt. Und auch eben so diese Starrheit. Also mit Pluto im Steinbock eine sehr starre Energie, wo man das Gefühl hat, man steckt fest, man kommt nicht wirklich weiter. Und das macht jetzt einen Trigon zum Merkur hin. Das heißt also, diese Starre, dieses Festgefahrene, aber auch das Transformative des Plutos hilft da jetzt dem Merkur mit. Also das kann schon nochmal sein, dass man sagt, gut, da werden jetzt Gesetze vielleicht positiv gedreht oder nochmal erleichtert und aufgehoben. Das passt ja auch dazu, dass man sagt, naja, jetzt fällt da mal Maskenpflicht im Handel und solche Geschichten. Passen da durchaus dazu, also Erleichterungen diverser Maßnahmen. Das passt da auch ganz gut rein. Also ihr seht schon, der Merkur ist sehr unter Druck, ist sehr energetisch geladen und ist auch noch rückläufig. Also wenn das alles nach vorne geht, lösen sich da natürlich einige Themen mit. Eine weitere Konstellation führt uns zurück zum Mars. Und der Mars hat eine Konjunktion mit dem Jupiter. Der hat sich mit dem Jupiter getroffen, ihm wieder. Naja, und Mars, Jupiter, da geht natürlich dann schon was ab. Also Jupiter, der Reisende, der weit weg will, der große Visionen haben will, große Ziele haben möchte oder großen Optimismus in sich trägt, kriegt die Energie vom Mars rauf. Und das heißt für mich ganz klar, natürlich auf der einen Seite viel positive Energie, die sich abspielen kann, aber in der Schattenseite natürlich die Übertreibung. Also man hat viel Kraft, aber man übertreibt es vielleicht einmal ein bisschen. Man geht vielleicht ein bisschen zu weit. Man macht etwas zu schnell. Man ist etwas zu hektisch. Und das in Kombination mit dem Merkur kann ich nur sagen, ein bisschen aufpassen eben beim Betätigen von Maschinen, beim Autofahren. Da bitte einfach aufpassen. Auch wenn du wandern gehst, übertreib es nicht. Übertreib es nicht mit den Bergwanderungen. Solche Geschichten, da würde ich einfach ein bisschen aufpassen mit Mars, Jupiter. Aber an sich ist das eine sehr coole Energie, die einen gewissen Schwung nach vorne bringt. Also das würde ich auf jeden Fall auch positiv deuten und finde ich richtig gut. Zum Abschluss möchte ich noch sagen, wir haben noch ein Venus-Pluto-Quadrat. Also Venus-Pluto-Quadrat ist natürlich auch noch einmal, wenn man das jetzt vom Gesetzlichen her sieht und die Venus steht im Stier, steht auch für den Körper, ist das immer noch so ein bisschen der Übergriff, also der Eingriff in den Körper ist immer noch so der Druck, also der nicht ganz weg geht da von dieser bestimmenden Seite her. Also was uns auch im Juni mit noch erhalten bleiben wird. Also da kann sein, dass da einfach immer noch mal ein bisschen Druckangst ausgelöst wird durch verschiedenste Ideen vielleicht, die da herumgeistern. Auf der anderen Seite ist Pluto-Pluto-Quadrat-Venus natürlich auch etwas für etwas Fixes. Also da will man etwas Fix schaffen, da möchte man etwas, da möchte man vielleicht auch, hat man gewisse Vorstellungen auch dem Körper gegenüber. Die Bikini-Figur, die vielleicht nicht ganz so wird, wie man es sich vorstellt. Also da bitte auch nicht frustrieren lassen und ein bisschen netter, ein bisschen gnädiger mit sich sein. Und gerade natürlich auch mit Mars, Jupiter, da kann es dann schon mal sein, dass es ganz gut schmeckt auch. Also nicht zu sehr auf die Bikini-Figur da jetzt hoffen. Zusammengefasst heißt es einfach, bleib klar, auch wenn du nervös bist, das ist mal eine Phase, das ist keine dunkle Vorahnung. Also nicht jede Nervosität gleich global deuten, als da geht was in die Binsen. Also das kann ich dir auf jeden Fall mitgeben. Nie verwechseln, einfach eine Stimmung mit einer Intuition. Und das würde ich dir fürs Monat Juni mitgeben, aus dem neuen Mondhoroskop interpretiert. Wenn du Interesse an einer astrologischen Beratung hast, mal in dein Horoskop schauen möchtest, dann melde dich einfach an, mach einen Termin bei mir aus, das geht auch toll über Zoom oder telefonisch. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns da mal kennenlernen oder etwas machen. Und sonst sehen wir uns demnächst wieder. Dein Oliver Eareny mit besten Grüßen aus dem wunderschönen Linz. Tschüss und bis nächstes Mal eine gute Zeit. Untertitelung des ZDF, 2020